Yo Leute, das ist das Bike-Einsteiger-Tutorial zum Thema Paste-Up. Wir sind heute im Atelier mit Andy Kay, der ist seit mehr als 30 Jahren in der Urban-Art-Szene aktiv. Wenn ihr also schon mal in der Neustadt unterwegs wart, habt ihr sicherlich seine Bilder bewusst oder unbewusst wahrgenommen. Denn Paste-Ups prägen das Stadtbild und sind fester Bestandteil der Street-Art-Szene. Wie eine Art Plakat werden sie an die verrücktesten Stellen in der Stadt geklebt. Wie das Ganze funktioniert und worauf geachtet werden sollte, erfahrt ihr hier im Tutorial. Hier sehen wir schon mal Zeichnungen von Andy Kay, die wir später pasten wollen. Ganz klassisch in schwarz-weiß, er benutzt dafür ein Edding. Warum ein Edding? Der verwischt nicht, wenn er mit dem Kleister in Berührung kommt. Bei meinen Krokodilen habe ich Acrylfarbe und Lackmarker benutzt. Wie im Video zum Thema Stencil, also dem Schablon-Graffiti, schauen wir uns zunächst mal an, was wir für ein Paste-Up an Materialien benötigen. Das Wichtigste, quasi die Grundlage für das Paste-Up, ist erst einmal das Papier, auf das ihr euer Motiv bringen wollt. Schon an diesem Punkt könnt ihr bereits anfangen zu experimentieren. Grundsätzlich gilt, je dünner das Papier, desto besser nimmt es den Kleister auf und lässt sich so besser auf den Untergrund anbringen. Sucht euch also am besten Zeitungspapier oder Seidenpapier. Beide nehmen den Kleister schnell auf und sind somit perfekt für Paste-Ups geeignet. Was nicht funktioniert, ist beschichtetes Papier, wie zum Beispiel Backpapier, da das den Kleister gar nicht aufnimmt. Bei der Wahl eures Motivs habt ihr grundsätzlich unendlich viel Spielraum, genau wie bei der Technik. Wenn ihr dabei mit Farbe arbeitet, achtet dabei darauf, dass sie wasserfest ist. Am besten eignet sich wahrscheinlich Acrylfarbe. Das ist während des Malens mit Wasser löslich, nach dem Trocknen jedoch wasserfest. Auch die Stencil-Technik oder die Arbeit mit der Dose eignet sich dafür. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Zeichnungen aus dem Sketchbook von Andy an. Vielleicht findest du da auch schon ein bisschen Inspiration. In so einem Sketchbook, auch Blackbook genannt, könnt ihr eure Ideen und Skizzen sammeln. So habt ihr keine einzelnen Blätter rumfliegen, sondern immer alles beisammen. Kleiner Tipp nebenbei. Wenn ihr euch also von euren Motiven eines rausgesucht habt, können wir mit dem Paste-Up beginnen. Dafür benötigen wir zunächst mal eine Rolle, beziehungsweise einen Pinsel. Damit tragen wir dann den Kleister auf das Motiv auf. Dabei benutzen wir zwei verschiedene Sachen. Einmal den handelsüblichen Tapetenkleister. Und, das funktioniert noch besser, Latex-Bindemittel. Der Kleister wird mit kaltem Wasser angemischt. Auf der Verpackung findet ihr das Mischverhältnis, in welchem ihr den Kleister mit Wasser anrührt. Ihr könnt aber auch, so wie wir, nach Gefühl immer ein bisschen mehr Kleister dazugeben. Stück für Stück, bis der Kleister die richtige Konsistenz hat. Dann kurz ruhen lassen und wir gehen raus. Wenn ihr euch ein Motiv überlegt habt, welches ihr als Paste-Up umsetzen wollt, sucht euch am besten auch gleich eine Stelle aus, wo ihr es platzieren wollt. Bedenkt dabei aber auf jeden Fall, dass das Verändern von Oberflächen im öffentlichen Raum illegal ist. Sucht euch also Stellen, an denen ihr euch ausprobieren könnt, ohne Schaden anzurichten und euch strafbar zu machen. Bringt am Anfang an eurem Spot schon einmal ein bisschen Kleister an die Wand. Es darf ruhig größer sein, als das eigentliche Motiv. Wenn ihr das selber ausprobiert, zieht euch alte Klamotten an und am besten auch Handschuhe, nicht so wie Andy. Denn beim Arbeiten mit dem Kleister geht gerne mal was daneben. Jetzt wird die Rückseite des Motivs eingekleistert. Dabei am besten nicht geizen, ist es wichtig, dass überall am Motiv etwas Kleber landet. Dann bringt ihr das Paste-Up an die Wand und streicht von innen nach außen das Motiv glatt. Das funktioniert mit der Rolle ganz wunderbar. Der Kleister lässt das Motiv jetzt noch etwas blass erscheinen. Beim Trocknen wird er dann aber transparent und schützt euer Motiv vor der Witterung. Das war das Spike-Einsteiger-Tutorial zum Thema Paste-Up. Wenn ihr Lust bekommen habt, probiert euch gerne aus und lasst euch von anderen Bildern in der Stadt inspirieren. Bis dahin, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.